Hallo, erkennst du alle Urlaubsorte anhand von Bildern? Ich zeige dir nun 15 Bilder. Du hast jeweils 5 Sekunden Zeit. In welchem Land befinden wir uns? Wir sind in Ägypten. In welcher Stadt sind wir? In Dubai. Gesucht ist ein Land mit tausenden Inseln in Südosteuropa. Wir sind in Griechenland. Wir befinden uns in einem US-Bundesstaat. Wir sind auf Hawaii. Gesucht ist eine Insel in der Nähe der italienischen Stadt Neapel. Wir befinden uns auf der Insel Ischia. Wir befinden uns nun auf der viertgrößten Mittelmeerinsel. Wir sind auf der Insel Korsika. Gesucht ist ein beliebtes Urlaubsland an der Adriaküste. Wir sind in Kroatien. Eine äußerst beliebte Stadt in Europa. Man spricht dort Englisch. Wir sind in London. Gesucht ist ein Inselstaat im Indischen Ozean. Gefällt dir das Quiz? Dann hinterlasse ein Like oder abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Wir suchten die Malediven. Gesucht ist nun ein weiterer Inselstaat im Indischen Ozean. Das Land ist für schöne Strände, Riffe und Lagunen bekannt. Es ist Mauritius. Wir befinden uns erneut im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas. Gesucht sind die Seychellen. Nun befinden wir uns auf einer kanarischen Insel. Es ist Teneriffa. Wir suchen ein beliebtes Reiseziel in Südostasien. Es ist Thailand. Dieses Land ist ein beliebter Urlaubsort und verbindet Europa mit Asien. Wir sind in der Türkei. Letzter Ort. Wir befinden uns auf einer Vulkaninsel im Norden. Wir sind in Island. Hast du alle Urlaubsorte erraten? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Dasa nitrogen kann die EiserInРИ bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.